Ja, servus, Gafim. Am kurzen Nachtrag von gestern bin ich in Nienbergen angekommen. Wetter war total beschissen, von oben nass geworden, von unten nass geworden, komplett durchnässt. Haltes Fließe gehabt, bin dann zum Glück bei einer sehr netten Frau untergekommen, die mich in ihrem Gästezimmer hat schlafen lassen. Und nochmal einen schönen Gruß an die Freiwillige Feuerwehr in Nienbergen. Es war ein sehr schöner Abend. Und genau, heute sieht das Wetter sehr viel besser aus. Ich hoffe, mein Schnupfen wird sich ein bisschen erholen. Genau, schöne Grüße an alle. Bis dann.